Gehen mit Unterarm-Gehstützen Im Anschluss an eine Operation am Bein oder Fuß kann es notwendig sein, dass Sie das Gehen mit Unterarm-Gehstützen erlernen müssen. Die Stützen dienen der Schonung und Sicherheit, damit Sie sich wieder frühzeitig fortbewegen können. Sie sollten so eingestellt sein, dass im aufrechten Stand eine leichte Beugung im Ellenbogen zu erkennen ist. Dieser Film unterstützt Sie dabei, die richtige Technik sicher umzusetzen. Übung 1 Aufstehen und Hinsetzen Zum Aufstehen greifen Sie mit den Händen an die nach innen gerichteten Handgriffe der Stützen. Schieben Sie nun das betroffene Bein gestreckt nach vorne, sodass sich das Körpergewicht auf das nicht betroffene Bein verlagert. Drücken Sie sich über das gesunde Bein mithilfe der Arme hoch in den Stand und stellen sich gerade hin. Drehen Sie jetzt Ihre Arme in die Schalen der Stützen. Das Hinsetzen erfolgt über den umgekehrten Weg. Zuerst drehen Sie die Arme aus den Schalen der Stützen heraus. Schieben Sie das betroffene Bein beim Hinsetzen nach vorne und setzen sich langsam nach hinten auf die Unterlage. Übung 2 Gehen ohne Belastung oder mit Teilbelastung Setzen Sie beide Stützen auf gleicher Höhe einen Schritt nach vorne. Stellen Sie das betroffene Bein unter Einhaltung der erlaubten Belastung zwischen beide Stützen. Überholen Sie mit dem gesunden Bein das betroffene und stützen sich gleichzeitig mit den Armen ab. Setzen Sie nun beide Stützen zusammen mit dem betroffenen Bein nach vorne und machen den nächsten Schritt. Übung 3 Gehen unter Vollbelastung Setzen Sie eine Stütze sowie das gegenüberliegende Bein einen Schritt nach vorne. Stellen Sie dann die jeweils andere Stütze zusammen mit dem anderen Bein einen Schritt nach vorne und wiederholen Sie den Ablauf. Versuchen Sie, Stütze und Fuß auf gleiche Höhe zu stellen. Übung 4 Treppensteigen Das Treppensteigen ist grundsätzlich mit und ohne Treppengeländer möglich. Sofern ein Geländer vorhanden ist, sollten Sie dieses mitbenutzen. Das Geländer ersetzt in dem Fall die Stütze auf der entsprechenden Seite. Die nicht benutzte Stütze wird mit der stützenden Hand transportiert. Treppe aufwärts gehen Beim Treppaufgehen setzen Sie als erstes das gesunde Bein auf die Stufe. Verlagern Sie das Gewicht auf das gesunde Bein und ziehen Sie das betroffene Bein zusammen mit den Stützen auf die gleiche Stufe. Wiederholen Sie den Ablauf für die noch folgenden Stufen. Treppe abwärts gehen Beim Treppeabwärts gehen setzen Sie zuerst das betroffene Bein zusammen mit den Stützen auf die nächste Stufe. Setzen Sie das gesunde Bein dann auf die gleiche Stufe. Wiederholen Sie den Ablauf für die noch folgenden Stufen.